namaste herzlich willkommen zum neuen cast reacts video jedes wochenende werde ich ja am freitag und song reaction machen und sonntags filmtrailer reaction und für den anfang des film trailers möchte ich disguise pink anschauen und der trailer kam vor vier tagen raus und priyanka chobra jonas ist dabei priyanka chobra ist eine meiner favoriten und fahren akta kenne ich eher als regisseur von don aber seine film habe ich jetzt eher nicht so im kopf und genau dann bin ich sehr gespannt drauf hat 26 millionen klicks in vier tagen bin ich sehr gespannt und bevor ich anfange leute könnt ihr gerne in kommentaren schreiben falls ihr andere vorschläge habt für jeden sonntag mit dem filmtrailer anschauen werde so Gott! Embracing! Oh Priyanka Chobra! So beautiful! Oh sweet! Sounds like a nice love story Drama! Oh my god! What is happening? True story? Oh! Bafi in Dangal 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 Oh 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 Priyanka is so beautiful So beautiful Oh Agent M Oh 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 Trauriger Drama Oh my god Oh my god Ich will den Augenblick anschauen Ich will den Augenblick anschauen Also die meisten indischen Filme werden sowieso auf deutsch synchronisiert Und dann gucke ich sie mir auch gerne an, wenn meine Lieblingsschauspieler mitspielen Und Priyanka Chobra zählt dazu Und Genau Wenn der Film rauskommt schaue ich es mir gerne an Das ist echt Ich mag solche Drama Filme So viel Trauer Aber auch Freude Also so eine Mischung ist das Puh Aber das ist bestimmt ein trauriger Film Oh mein Gott So Leute Falls euch die Reaction gefallen hat Vergisst nicht ein Like da zu lassen Zu subscriben Und kommentiert wie euch der Trailer gefallen hat Ob ihr euch den Film anschauen werdet Oder ob ihr auch ein Priyanka Chobra Fan seid Dann sage ich mal Auch noch bitte Vorschläge schreiben Filmtrailer Vorschläge Für die nächsten Sonntage Und dann sage ich mal Goodbye Und see you soon